Ich könnte hierdurch sogar schon kämpfen, aber ich sehe keinen Gegner, deswegen gehe ich einfach mal weiter. Gibt es hier was Schönes? Da hinten ist eine Truhe, ganz eindeutig, aber viel mehr sehe ich jetzt noch nicht, ein Skelett. Die Pilze da nehme ich nicht mit, das sind irgendwelche Zutaten für Zaubertränke, ich mache mir so gut wie nie Zaubertränke, das ist mir immer zu aufwendig. So, jetzt kann ich mich entscheiden, entweder gehe ich hier zum Wasserfall, oh ne, ich kann mich doch nicht entscheiden, oder? Nun gut, anscheinend kommt der jetzt hier hochgelatscht, das kann ich für mich nutzen. Papp, so kämpft man richtig. Gold, Eisenpfeil, perfekt, alles meins. Hm, aber jetzt kann ich mich entscheiden anscheinend. Man kann hier rechts runter gehen, was ich jetzt tun werde, oder hinten durchgehen, aber dieser Weg nach unten ist meistens eine Sackgasse. Deswegen ist es sich immer lohnt, mal einen Blick hier runter zu werfen. Wie ihr seht, ein bisschen Gold kriegt man auf jeden Fall und eine Truhe. Perfekt. Pelze haben nämlich nicht mit. Und weiter geht's. Ihr seht, ich speicher relativ häufig. Ich hab nämlich immer, wenn ich nicht so oft gespeichert hab, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Dann musste ich ewig lang ein bisschen noch mal spielen und das will ich mir und euch nicht antun. So, wie es aussieht, ist da hinten ein ruheloser Drago. Wie gesagt, die Gegner mit den langen Namen, die sind meistens die stärksten. Also je mehr und je schrecklichere Namen die haben, desto böler sind die auch. Oh, und er fügt mir ziemlich viele Schaben zu. Okay. Im Nahkampf kann ich's also nicht mit ihm aufnehmen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal... Ach, übrigens, ich glaub ich hab ne neue Stufe, ne? Ja, stimmt. Tatsache. Ich möchte mehr Gesundheit haben. Ah, ich hab mehrere neue Stufen. Krass. Okay. Drei neue Stufen hatte ich, ohne es zu merken. Dann geh ich natürlich direkt mal in die Fertigkeit. Ja, komm schon. Dahin will ich. Da. Da. Ja. Mal kurz. Defensiv. Spezialist steigert die Rüstung zweifleichter Rüstung um 20%. Ja. Oh. Ich kann ja noch mördere. Ich wollte ja noch mehr machen. Die Schießkunst. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Perfekt. Das kann ich jetzt bei diesem Typen da anwenden. Und dann kann ich noch meine Schleichenfertigkeiten verbessern. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Perfekt. Das ist genau das, was ich bei meinem Charakter immer gerne mache. Hier die ganzen Skills, die ich da verbessere. So. Speichern. Ja. Jetzt habe ich direkt 20% mehr Schaden. Und tot. Kann man mal sehen. Jemand, gegen den ich im Einzelkampf keine Chance habe. Höh. Einzelkampf. Ähm. Den kann ich mit dem Bogen richtig schön fertig machen. Sind hier noch mehr Gegner? Ne. Sieht friedlich aus. Aber hier sind bestimmt irgendwo versteckte... Na. Ich sag's doch. Versteckte Truhen. Perfekt. Dietrich. Granatstein. Winziger Seelenstein. Ach. Das nehmen wir doch gerne mit. Und wir gehen in eine neue Höhle. Ins allerheiligste. Da bekommen wir direkt mal einen neuen Speicherpunkt. Kann ja nicht schaden. So. Ich höre schon wieder diese komischen Klingen. Ja genau. Oh. 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 Oh scheiße. Nochmal kann ich jetzt nicht hier durchlaufen. Haha. Ich muss kurz meine Gesundheit regenerieren lassen Damit Nein, komm hier hin Hier bin ich doch Ja Top Das muss ich nur irgendwie Mal kurz warten Erstmal speichern, falls ich es nicht dann durchschaffe Oh, 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 oh Okay, ich habe es aber geschafft Es war arschknapp, aber ich bin nicht gestorben Jetzt muss ich allerdings ziemlich vorsichtig sein Und erstmal mein Leben wieder regenerieren lassen Weil ich nämlich nicht mehr so viele Tränke habe Die muss ich auch bewahren Und nicht für so scheiß Messer da verschwenden Das hilft doch alles nichts So Zwei tote Gegner Perfekt Pfeil Da unten wollen wir nicht rein Dann würden wir nicht mehr rauskommen Gibt es da sonst irgendwas zu entdecken? Sieht nicht so aus Es dauert so lange, bis das Leben sich wieder regeneriert Das ist unfassbar Unglaublich Da wollen wir auch nicht lang Irgendwie habe ich Angst, wenn in so großen Räumen so wenig Gegner sind Ich habe immer Schiss, dass da aus irgendeiner Ecke einer rauskommt Und mich dann von hinten umbringen quasi Aber Perfekt Okay, wir sind angekommen Ja Erst gleich bekommen wir zwar einen ziemlich starken Gegner Aber unser Leben hat sich fast wieder regeneriert Und wir sind an der Tür An der geheimnisvollen Tür Und jetzt kleine Info vorab Das Rätsel hier ist eigentlich mega einfach Wenn ihr euch an das Tagebuch erinnert Da steht, ihr habt die Lösung in der Hand Wenn ihr die Klaue besitzt Ich war hier in dem Raum, hatte die Klaue Man kann die Klaue hier reinstecken Und versuchen die Tür zu öffnen Aber es passiert nichts Und ihr seht hier diese tollen Tiersymbole an diesen Kreisen Und ich bin hier lang gelaufen Hier an der Wand sind nämlich so Teifelungen Mit Ja, ich habe versucht da irgendwelche Zeichen rauszulesen Und zu gucken, welche Tiere das sind Weil hier sind ja Eulen und so ein Scheiß Und hier, was war hier Hier ist ein Wolf oder so Und dann dachte ich mir Okay, das muss hier irgendwie mit den Wänden zusammenhängen Guckst du mal, welche Reihenfolge und so Und ich habe es echt nicht gepackt Ich habe es nicht rausgefunden Und im Prinzip ist es mega einfach Hier geht einfach in euer Inventar Zu den sonstigen Gegenständen Wo auch die goldene Klaue ist Und dann guckt man die sich hier einfach mal im Inventar an Und aha, in der Klaue selbst In der Hand quasi Haben wir oben Bär, Motte und Eule Ganz einfach Und ich habe da stundenlang rumgerätselt So müsste es ja jetzt passen, oder? Ja Und die Tür geht auf Das war schon das Rätsel Mega einfach Und ich habe stundenlang darin rumgerätselt Und es dann schließlich durchs Internet rausgefunden Weil ich zu blöd war, da selbst drauf zu kommen Ihr könnt ja mal sehen, wie ehrlich ich bin Das hätte ich ja einfach mal verschweigen können Aber so viel Dummheit muss einfach bestraft werden Okay Direkt mal speichern hier Man weiß ja nie Hier kommen gleich bestimmt richtig krasse Gegner Ne, das ist leer Glück gehabt Ich bin hier immer mega vorsichtig, wie ihr seht Oh Was sind das für Geräusche? Ich habe Angst, ich will nicht sterben Okay Gegner sehe ich aber nicht Stab der Raserei Geil, wir haben einen Zauberstab gefunden Die sind verdammt wertvoll Und ihr hört schon diese epische Musik im Hintergrund Für alle, die die Skyrim noch nicht kennen Das hier ist so ein Drachenschrein An dem man neue Worte der Macht lernen kann Ich werde es euch einfach mal demonstrieren Indem ich Habe ich alles eingesammelt, was es hier gibt? Anscheinend, ja Indem ich hier nah rangehe Jetzt wird man umflutet von dieser Macht Und man lernt dieses Wort der Macht Das kann ich allerdings noch nicht einsetzen Weil ich ja noch kein Drachen gut bin Oh, 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 oh Oh, 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 oh Der kann nämlich diese Worte machen Das ist zum Beispiel ein Wort der Macht Das ist ein verdammt starker Gegner dieser Typ Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen verpissen Schnell weg hier Stimmt ja, ich kann ja sprinten Wieso vergesse ich das ja immer? Ach so So Ihr wisst ja, ich bin ein Meister im Verstecken Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal Der Typ kann mir nämlich nicht ewig hinterherlaufen Gleich hat er mich nämlich aus den Augen verloren Und dann kann ich ihm wieder mega viel schleichen So Passt auf Jetzt steht er nämlich da Natürlich eine echt bekackte Position zum Rumstehen, du Arschloch Kannst du mal weitergehen Und jetzt schnell wieder weitersprennen Oh, 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 fuck Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne Ich brenne, scheiße Ich habe im Nahkampf sowas von keine Chance gegen den Wem ist das Problem? Äh, wo muss ich hin? Na, scheiße Das war's dann Vielleicht sollte ich weniger weglaufen Aber ich kann im Nahkampf, wenn ich einen Schlag von dem abbekomme, bin ich sofort tot Ist das Problem Also das gleiche jetzt nochmal Nur dieses Mal vielleicht ein bisschen überlegter So, also Zuerst Truhe plündern Dann das Wort der Macht lernen Und sofort weglaufen, damit der Typ mich nicht sieht So, und schon bin ich unentdeckt Jetzt speichere ich hier mal Und dann versuche ich den Typen da mal auf Entfernung Kalt zu machen Der ist nämlich so verdammt stark Dieses Arschloch Gut, erster Treffer Zweiter Treffer Jetzt lasse ich ihn wieder zurückgehen, damit er wieder auf Entfernung kommt Und dann ne, scheiß drauf Pop! Das war doch mal gekonnt Ohne einen einzigen Schlag von ihm abzukriegen Mit einmal laden Okay, nicht unbedingt das Beste Aber für die Leute, die ständig alles tausendmal versuchen Weil sie einfach zu schwach für ihn sind Und das Level erst später machen Tja So geht das ziemlich einfach Ach, ne, ne, ne Was wir gerade gefunden haben, frage ich mich gerade Wir haben einen Drachenstein gefunden Mit dem kann mich jetzt allerdings nix anfangen Kann ich den rauswerfen? Ne, ist ein Questobjekt Ah Okay, ist ein Questobjekt zu einem Quest, den wir noch nicht kennen So, und jetzt mal raus aus der Höhle hier Ein versteckter Gang So, wir haben es geschafft Wir haben die glollene Klaue in unseren Besitz gebracht Wir haben das Geheimnis gelüftet Und wir sind aus der Höhle raus Perfekt So Wir sind die Besten